Alexa, aus was besteht Schnee? Wasser. Aha, okay. Alexa, was bedeutet Schneemann? Schneemann kann folgendes bedeuten, eine aus Schnee, oft aus größeren Schneebellen, geformte, menschenähnliche Figur, traditionellerweise mit einer Moorrüber oder einem gebrochenen Zweig als Nase sowie Kohlestücke, Kieselsteine, gebrochene Zweige als Augen und Mund, umgangssprachlich, Kraft- und schwunglose männliche Person, die vom Leid anderer Personen schnell berührt ist und, umgangssprachlich, eine Wintersport treibende Person. Untertitelung des ZDF, 2020